Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Sebastian und wir sind hier beim vierten und letzten Teil unserer Springcast-Serie zum Thema API-Versionierung mit ASP.NET Core 3.0. In den letzten drei Teilen haben wir uns damit beschäftigt, erst einmal mit der Theorie zur API-Versionierung, dann wie wir es in ein niegelnagelneues Projekt einbauen und welche Customization-Möglichkeiten wir haben. In diesem vierten und letzten Teil geht es darum, wie wir dies in ein existierendes Projekt einbinden können, also was da zu beachten ist, wie wir einzelne Endpunkte von der Versionierung ausnehmen können, wie wir nicht nur mit den drei Standardmethoden, also Query-Pfad, Query-Parameter oder eben Accept-Header auch andere Custom-Header-Versionierungsauswahlen zur Verfügung stellen können und zu guter Letzt, wie wir in einem Controller, wenn eine Action mehrere Versionen unterstützt, im Code unterscheiden können, welche Version gerade abgefragt wurde. Zuerst wollen wir uns anschauen, wie wir dies in ein existierendes Projekt einbauen können. Dazu nehmen wir wieder unser Sample-Projekt mit dem Zustand, wie wir ihn im letzten, im dritten Teil verlassen haben und wechseln rüber in Visual Studio Code. Zuerst öffnen wir unseren Weather-Forecast-Controller und bauen diesen zurück. Wir hatten ja hier zuletzt auf Query-Pfad umgestellt, aber in einem existierenden Projekt haben wir das nicht. Unsere ganzen Controller haben ihre Standard-Varianten und auch hier das API-Version-Attribut ist nicht vorhanden. Das heißt, hier haben wir einen normalen Controller, so wie er in einem existierenden Projekt normal vorgefunden wird. Dann gehen wir in unsere Start-Up und gehen davon aus, wir hätten jetzt hier frisch unser API-Versioning hinzugefügt. Wir ignorieren den Media-Type-API-Version-Reader für einen Moment. Den brauchen wir erst im nächsten Beispiel. Und fügen nun hier hinzu, dass wir bitte eine Default-API-Version haben, also eine Standard-Version. Und die API-Version hier nimmt eine Major und Minor hinzu oder eben die Gruppe. Das heißt, wir hätten jetzt als Standard-Version die 1.0 und gehen jetzt noch hin und stellen ein, dass wir bitte diese Standard-Version dann annehmen sollen für alle Anfragen, die reinkommen und keine andere Version spezifizieren. In einem existierenden Projekt würden wir also den Zustand in dem Moment, wo wir API-Versionierung hinzufügen, einfrieren. Wir würden sagen, das ist jetzt beispielsweise unsere 1.0. Ab der kommenden Version müssen alle Clients bitte die Version spezifizieren, ganz explizit. Wenn wir aber noch einen alten Client haben, der bisher noch keine API-Version mitgeschickt hat, dann pinnen wir diese, wenn Sie nichts anderes angeben, auf die eben zuletzt bekannte Version. Das wäre jetzt in dem Fall unsere 1.0. Und nun wollen wir testen, ob wir wirklich die 1.0 zurückbekommen, wenn wir einen Weather-Forecast in unserem Postman anfragen, ohne dass wir eine Version spezifizieren. Hier in unserem Postman haben wir auch für den vierten Teil unserer Serie wieder alle Requests vorbereitet. Die Postman-Collection findet ihr auch in unserem GitHub-Repo, könnt ihr also einfach nachvollziehen. Und nun schicken wir einfach einen Request, einfach nur an Weather-Forecast. Wir haben hier keine Version in der URL, wir haben keine Version als Query-Parameter. Wir schicken auch keine Version in den Headern mit. Und trotzdem erwarten wir, dass wir hier unsere Version 1.0 kriegen und den Status-Code 200. Und wenn wir das abschicken, sehen wir, das hat hervorragend funktioniert. Wir kriegen hier Supported-AP-Versions 1.0, weil das die Version ist, die unser Controller nun unterstützt, obwohl wir es nicht explizit angegeben haben, weil wir eben eingestellt haben, dass die 1.0 als Standard-Version akzeptiert werden soll. Es ist also relativ einfach, auch in ein existierendes Projekt, das noch keine Versionsinformationen hat, API-Versionierung einzubauen. Wir müssen eben nur darauf achten, zu dem Zeitpunkt, wo wir Versionierung einfügen, die API in diesem Zustand einzufrieren, beispielsweise mit einer eben dieser Default-API-Version, und müssen dann ab diesem Zeitpunkt alle Endpunkte versionieren, weil Clients, die bisher existierten, eben noch nicht die API-Version mit angeben. Was ist nun, wenn wir einen Endpunkt in unserer API haben, der nicht versioniert werden soll? Beispielsweise, weil es ein Standard-Controller ist, so ein Health-Check-Controller, der einfach nur auf dem Ping mit einem OK arbeitet. Wir müssen diesen Endpunkt irgendwie aus der Versionierung ausnehmen. Dazu springen wir wieder in unser Projekt hinüber, in Visual Studio Code, und als Beispiel nehmen wir hier unseren Weather-Forecast-Controller wieder und nehmen diesen nun aus der Versionierung heraus. Dazu müssen wir ein Attribut angeben, nämlich API-Version-Neutral. Damit sagen wir unserem Weather-Forecast-Controller, hey, du bist bitteschön aus der Versionierung ausgenommen. Zurück in unserem Postman können wir nun unsere API-Versionierung wieder abfragen, und diesmal gehen wir aber davon aus, dass dieser Request bitte keine API-Supported-Version-Header zurückliefert. Damit sagt uns die API, dass dieser Endpunkt eben nicht versioniert ist. Wenn wir den abschicken, sehen wir, dass wir kriegen einen 200er. Unsere beiden Tests sind grün, er sagt uns also, dieser API-Supported-Header ist nicht vorhanden, und das sehen wir hier auch, dass das korrekt ist. Es ist also sehr einfach, nur mit dem Hinzufügen eines Attributs Endpunkte auch aus der Versionierung herauszunehmen. Schauen wir uns als nächstes an, wie wir mit einem Custom-Header-Versionierung auswählen können, oder wie wir für die existierenden Einstellungen auch andere Parameter angeben können. Hierzu sind wir wieder in unserem Projekt, und wir nehmen zuerst aus den anderen Beispiel-Controllern hier unsere Routen-Versionierung wieder heraus, einfach um das zurückzubauen, weil wir nun verschiedene Arten der Versionsauswahl ausprobieren möchten. Wir haben hier die Pfade entfernt, und jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Startup, und wir haben hier ja noch den API-Version-Reader hinzugefügt gehabt, und wir wollen nun eine Custom-Konfiguration vornehmen. Dazu können wir sagen, dass wir den API-Version-Reader nehmen und hier jetzt mehrere kombinieren wollen, und zwar zuerst den MediaType-API-Version-Reader. Dieser hat ja per Default gesagt, im MediaType fügen wir hinzu, V ist gleich 1.0. Wir wollen das nun ändern und sagen, im MediaType wollen wir die Version bitte nicht mit V angeben, sondern mit Version. Als nächstes wollen wir wieder unseren Query-String-API-Version-Reader hinzufügen. Dieser hat ja vorher auf den Query-Parameter API-Version ist gleich, und dann Angabe der Version reagiert. Wir wollen diesen nun umkonfigurieren, dass dieser auf V reagiert, und wir wollen zuletzt einen Header-API-Version-Reader hinzufügen, der auf einen Custom-Header namens API-Version reagiert. Nun haben wir also in diesem Projekt gleich mehrere Möglichkeiten, die Version anzugeben. Machen unser Combine zu und warten nun wieder im Hintergrund, bis es kompiliert hat, und schalten so lange zu unserem Postmenu um. Wir haben nun wieder verschiedene Requests vorbereitet. Zum einen mal mit Query-Parameter, den wir ja umgestellt haben von API-Version ist gleich auf V ist gleich 1.0. Wir sehen dies, ja, der funktioniert, wir kriegen unser Ergebnis zurück, auch wieder mit Accepted API-Versions hier. Der nächste Request wäre dieser Custom-Media-Type, der Header, wo wir ja vorher nur gesagt hatten, V ist gleich, jetzt geben wir hier an Version ist gleich. Auch dieser erwischt die richtige Version, wir kriegen die 1.0. Und wir können nun einen Request abschicken mit unserem Custom-Header ap-version 1.0. Wenn wir diesen abschicken, kriegen wir auch die Version 1.0 hinaus. Das heißt, hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, die API anzugeben. Wir können auch verschiedene Varianten kombinieren, kombinieren und mit dieser Kombination können wir nun auch verschiedene Arten der Versionsauswahl zur Verfügung stellen, wenn dies denn gewünscht ist. Der nächste Teil, den wir uns anschauen wollen, ist, wenn wir einen Endpunkt haben, der für verschiedene Versionen gleichermaßen gelten soll, aber trotzdem pro Version ein unterschiedliches Verhalten an den Tag legen soll. Das ist dann interessant, wenn wir beispielsweise Paging hinzufügen, optional und das alte Verhalten für ich liefere einfach alles aus, beibehalten möchten. Dort müssen wir im Code unterscheiden können, welche Version wurde denn gerade angefragt. Auch hierzu gehen wir wieder rüber in unser Projekt. Und in diesem Projekt wollen wir nun den Example Controller erweitern, um einen weiteren Endpunkt, der eben die Version im Code anwählen soll. Das heißt, wir machen hier wieder eine neue Action mit einem Action Result. Auch hier liefern wir wieder einen String zurück. Wir nennen dies einfach Test. Und nun können wir hier einen Parameter hinzufügen. Das ist die API-Version. Und diese wird uns über die Dependency Injection eingefügt. wenn dieser Endpunkt ausgewählt wird über unser API-Versioning-Projekt. Und in der API-Version können wir jetzt auswählen, können wir auslesen, welche Version denn zurückkam. Wir nehmen jetzt einfach nur die Version und sagen toString und geben die einfach zurück, damit wir hinterher im Postman sehen können, was steht denn hier konkret in der API-Version drin. Dieser Endpunkt ist auch ein HTTP-Get. und der soll auf der Route Test greifen und diesen einen Endpunkt sagen wir map to API-Version zu unserer 1.0 und wir kopieren das und sagen, auch dieser Endpunkt soll sowohl für die 1.0 als auch für die 2.0 greifbar sein. Wir speichern das, warten, bis es kompiliert und springen wieder rüber in unseren Postman. Wir können nun hier unseren Request öffnen, der sagt, wir wollen unseren Example-Test abrufen mit der Version 1.0 und erwarten als Ergebnis hier unsere 1.0 zurück. Und sehen, das funktioniert. Sagen, API-Supported-Version ist 1.2. Wenn wir es mit 1.0 aufrufen, kriegen wir auch unsere 1.0 zurück. Und wenn wir jetzt den gleichen Aufruf machen mit v2.0, dann erhalten wir auch hier unsere 2.0 zurück. Wie wir sehen, ist es also auch relativ einfach, die angeforderte Version im Code zu ermitteln. Wir lassen uns einfach nur die API-Version als Parameter in unsere Action hineingeben, werten den Wert dort aus und können dann entscheiden, wie sich unsere API bitte verhalten soll. Das war der vierte und letzter Teil unserer kleinen Screencast-Serie zum Thema API-Versionierung mit ASP.NET Core 3.0. Den Code findet ihr auf unserem GitHub-Repository. Und wenn ihr interessiert seid, neue Screencasts von uns direkt mitzubekommen oder neue Blogposts, dann subscribt gerne unseren Newsletter. Vielen Dank! Vielen Dank!